Ja, guten Morgen zusammen! Nachdem ihr gestern gesehen habt, dass wir so viel shoppen waren, muss ich jetzt wieder zurück in die City, weil das Mikrofon nicht passt auf die Kamera. Und zwar habe ich nachher gesehen, dass das Mikro für die DSLR ist. Ich habe ja eine Kompaktkamera. Und ich habe dir das auch extra gesagt beim Kaufen, was für eine Kamera ich habe. Das heißt, jetzt muss ich wieder zurück. Hoffentlich tausche ich das um. Das kriegt, glaube ich, die Krise. Ja, ansonsten gestern halt noch ein bisschen Videos geschnitten wegen Jobs gemacht. Problem ist halt mit dem Hochladen, weil wenn ein Video so zwischen 9 Minuten ist, 9 und 10 Minuten dauert das 2 Tage, im Hostel das hochzuladen. Und momentan habe ich auch keine Lust, 3 Stunden in die City zu setzen und nur wegen dem Hochladen. Deswegen muss ich einfach mal gucken, wie es die Tage macht. Äh, ja. Ansonsten laufe ich jetzt so ein bisschen rum. So, endlich bin ich jetzt mal ein bisschen weiter mit meinem Mikrofon. Ich war jetzt bei 5 Läden in Perth und habe dann jetzt endlich den einen Adapter bekommen. Dafür war ich jetzt 2 Stunden unterwegs und musste eine halbe Stunde nochmal nach Nordburg schlafen, um diesen Adapter zu bekommen. Und es hat irgendwie geklappt. Und, also jetzt habe ich den noch getraut, deswegen ist der Ton vielleicht ein bisschen schlecht. Aber ich probiere das dann gleich mal zu Hause aus. Und dann hat sich das endlich gelohnt. Dieser Adapter hat auch nur 3 Dollar noch was gekostet. Dann geht das noch. Oh. Ich bin so fertig, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Alles nur wegen dem Adapter für ein Mikrofon für eine Kamera. So, krass. Ja, aber ich werde mich jetzt wieder auf den Rückweg machen. Und werde in der Stadt noch ein bisschen einkaufen. Denke ich mal. Und dann geht es auch langsam ins Hostel. Außer ich gehe nochmal nach Tage gucken, wie in der Sporthose. Weil ich habe ja heute schon ein bisschen Muskelkater von gestern, ne. Und ohne Sporthose ist das richtig scheiße. Und deswegen, ja, mache ich das jetzt. Und dann sehen wir uns vielleicht später wieder, wenn nicht. Verabschiede ich mich jetzt schon mal. Es war schön für heute mit euch. Und wir sehen uns die Tage wieder, wenn ich wieder zum Filmen komme. Bis dann. Ciao. Ja. Ja. Ja.